Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Skies of Arcadia Legends. Ihr seht, wir haben ziemliche Probleme hier gerade. Könnte sein, dass wir hier sogar gleich sterben werden. Oder wir beide angreifen sowieso. Aber die Gegner sind auch stark hier, das gebe ich zu. Das Problem ist eigentlich, es hat mich gewonnen, dass ich meine Magie nicht einsetzen konnte. Als wenn irgendetwas die Magie hier komplett blockiert. Na gut. Wir haben hier davor gespeichert. So, weiter. Ein Glück habe ich davor gespeichert. Perfekt. Das heißt, wir dürfen nochmal den Weg dort runterrennen. Aber das ist ja egal. Das Händenschiff hätte uns ruhig ein bisschen was kaufen können. Aber nein, hat es ja nicht. Also auf, wieder runter. Da fällt mir ein, wenn wir jetzt schon so Probleme haben. Dann wird das dann erst fallen. Kuro kann ich nicht einsetzen. Danke. Danke. Du musst aufdauen. Ich weiß, was ich hier ist? Ich weiß, was ich hier ist? Oh, ich will, er will ich weg. fehlt mein kopf du bist du gehst auch bitte wirklich Auf ihn 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 Er Auf ihn Er 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 Er